Er ist eine bedeutende Persönlichkeit der Tech- und Startup-Welt. Der Kopf für digitales Marketing, KI und Products sowie Business Intelligence. Ob als Business Angel oder Berater, er hat seine Spuren bereits bei über 100 Startups und Maximusunternehmen hinterlassen. Beispielsweise Zalando, HelloFresh und Delivery Hero. Co-Host des legendären Doppelgänger-Tech-Talk-Podcasts mit bereits über 380 Folgen und über 50.000 Zuhörenden. Und heute als Gast des SORT-Leader-Formats im Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcast. Pip Klöckner. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcasts. Ich habe heute Philipp Klöckner da. Philipp ist für mich so die Person, die mir immer so die neuesten Trends aus der Tech-Welt erzählt. Gerade in Deutschland, aber auch natürlich weltweit über die Public-Markets, aber auch über die Startup-Welt. Ich habe viel über AI gelernt. Heute darf ich ihn zu Gast im Podcast haben. Du machst nicht nur den Doppelgänger-Podcast, sondern viel mehr. Vielleicht magst du eine ganz kurze Intro geben, was du eigentlich alles so machst. Ja, moin moin. Mein Name ist Philipp Klöckner. Ich komme ursprünglich aus der Suchmaschinenoptimierung und dem Marketing. Ich habe das fünf, sechs Jahre bei Idealo gemacht. Der mag für den Preisvergleich in Europa. Ich habe danach viel mit Rocket Internet gearbeitet als so eine Art Marketing-Berater oder Supporter. Ich habe vor allen Dingen die Aggregationsmodelle, also Marktplätze, Classifieds, Vertical Search weltweit in Brasilien, Russland, Australien, Südostasien betreut bei Rocket als Berater. Ich habe parallel angefangen, Geld in Startups zu investieren, Zeit zu investieren und dafür Anteil an Startups zu bekommen. Ich habe mit vielen Wachstumsfirmen gearbeitet. Ich arbeite bis heute mit Private Equity Firmen, unter anderem KKA zum Beispiel, um denen dabei zu helfen, die digitalen Aspekte von Geschäftsmodellen besser zu verstehen oder zu schauen, wo man den Portfolio Companies noch helfen kann. Ich bin Aufsichtsrat bei einer Public Company, bei Home2Go, mit der ich sehr früh schon gearbeitet habe und wo ich heute im Aufsichtsrat sitze. Ich bin Podcaster zweimal die Woche, schreibe eine Newsletter, bin Beirat bei noch ein paar Unternehmen. Ich mache viele Sachen gleichmäßig. Also es ist schwer, wenn ich auf Konferenzen bin und so einen Sticker auf dem Shirt habe, ist es immer schwer zu finden, was man da jetzt draufschreibt. Wie du das alles unter einen Hut bekommst, ist mir irgendwie bis heute ein Rätsel. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, beziehungsweise ich frage dich vielleicht am Ende nochmal. Du redest ja sehr viel über die Public Markets auch. Unsere Listener hier sind primär auch von Startups, aber auch von Scale-Ups und da möchte ich mit dir auch heute ein bisschen reintauchen. Also auch speziell in die Go-to-Market als auch Marketing-Themen. Aber zu Beginn interessiert mich nochmal ganz kurz, wir sind ja in einer sehr spannenden Zeit und Situation auch generell im B2B-SaaS und Tech-Markt. Haben wir den Tiefpunkt von der Krise schon erreicht oder kommt da nochmal was auf uns zu? Mit Bezug auf SaaS und Software befürchte ich fast nicht. Ich glaube, wir sind so nah der Talsohle, ist aber schwer zu erkennen. Ich glaube, beim E-Commerce zum Beispiel kann man sehr gut erkennen, dass wir so die Talsohle erreicht haben und man zwar jetzt nicht mal so schnell wächst wie früher, aber dass die meisten zumindest nicht mehr schrumpfen. Bei SaaS, glaube ich, wird es noch drei, vier anstrengende Quartale geben aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, glaube ich, dass das AI-Spending von Firmen in das SaaS-Spending so ein bisschen reinfresst. Es gibt so viele Reports darüber, wie viel Geld Firmen in AI investieren wollen. Und die Wahrheit scheint aber zu sein, dass die meisten Firmen insgesamt aber nicht mehr für Software ausgeben. Das heißt, das, was sie für AI ausgeben, sparen sie irgendwo anders bei anderen SaaS-Anwendungen. Spannend. Und das wird, glaube ich, schwer bleiben für den Sektor. Ja, ich habe in der LinkedIn-Studie gelesen vor ein paar Tagen, dass bis 2030 jedes Jahr der SaaS-Markt so knapp über 10 Prozent wachsen soll. Du sagst also, das geht eigentlich fast alles in AI-Tools und bei anderen geht es dann ein bisschen runter? Ja, ich würde glauben, also es ist um die 10 Prozent, stimmt wahrscheinlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nur noch hocheinstellig ist, ehrlich gesagt. Wenn man so die gesamten SaaS, aber wenn man sich anschaut, wie ein so mature SaaS wie Salesforce oder Microsoft, das sind halt, also bei Microsoft ohne Azure, aber in Salesforce wächst halt nicht mehr zweistellig. Und viele andere Firmen irgendwie in Workday oder ServiceNow werden, glaube ich, auch eher einstellig wegwachsen in den nächsten Jahren. Spannend, dass du sagst, dass vor allem die nächsten drei, vier Quartale nochmal ein bisschen anstrengender werden, weil es gibt ja sehr viele Leute, die auch eher positiv jetzt über den Markt sprechen und sagen, hey, so ab Anfang dieses Jahres sehen wir eigentlich einen Aufwärtstrend. Aber es deckt sich so ein bisschen mit dem, was Jaco, das ist der Gründer von Winning by Design, gesagt hat. Mit dem habe ich vor zwei Wochen in Berlin auch ein längeres Gespräch gehabt. Und der hat die These aufgestellt, dass er glaubt, dass 35 Prozent aller Venture-Back-Companies in den nächsten 18 Monaten tatsächlich mehr oder weniger insolvent gehen. Würdest du das unterstützen oder ist das ein bisschen arg krass ausgedrückt? Also jede dritte wäre das ja, das halte ich für ein bisschen aggressiv vielleicht. Aber ich glaube in die Richtung. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir bei 25 oder 30 Prozent landen. Und fairerweise, ich glaube auch, dass ein Drittel der VCs wahrscheinlich in den nächsten Jahren gehen wird. Nicht nur die Companies, diese Beckings, sondern auch die ganzen neuen VCs. Bei denen dauert es nur einfach lange, sozusagen. Theoretisch hast du deinen Fonds halt zehn Jahre und dann merkt niemand, wenn du, also wenn du den nächsten Fonds nicht mehr raisen kannst, bist du eigentlich out of business als VC. Und ich glaube davon, wer wird auch vielleicht ein bisschen wegfallen. Aber ja, ich meine, es gehört, dass Venture-Back-Companies out of business gehen. Das gehört ja so ein bisschen dazu, dass du unter zehn Companies bestenfalls zwei echte Erfolge hast. Deswegen gibt es immer noch so zwei, drei, wo du vielleicht einen Equity-Hire hinbekommst oder eine Art von Fire-Sale oder Trade-Sale, wo du aber nicht viel Geld bei verdienst. Und dass drei, vier von zehn Companies einfach auch out of business gehen, ist ja eher die Normalität. Von daher gehört das zum Business. Ich finde, das ist gar keine so skandalöse These, ehrlich gesagt. Ja, macht Sinn. Wir leben ja in der Welt, also wir haben gerade gehabt, irgendwie zehn Prozent Wachstum ungefähr jedes Jahr. Gleichzeitig haben wir aber viel mehr neue Tools. Also ich meine, das Wachstum von den Anbietern der Tools etc., von den SaaS-Bendoren ist ja, also wächst ja noch viel stärker. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist in der Vergangenheit, also gerade so vor zehn, 15, 20 Jahren, die ersten Tools war halt so ein Riesenfortschritt auch in der Wirtschaft und es war einfach sozusagen erfolgreich zu werden, weil es wenig Competition auch gab. Heute ist es eine ganz andere Welt. Wir haben viel, viel mehr Competition, eigentlich in fast jedem Vertical auch. Deswegen, was ich mich interessiere oder was ich mich frage ist, würdest du sagen, die Go-to-Market-Funktion gewinnt an Wichtigkeit gegenüber dem Produkt oder ist es immer noch das Produkt, das den absoluten Unterschied macht? Ich würde sagen, in den letzten Monaten und going forward wird das Produkt auf jeden Fall einen Unterschied machen. Insofern, dass du erstmal beweisen musst, dass die Produkte, also dass niemand kauft mehr SaaS, nur weil es Software ist. Sondern ich glaube, du musst wirklich viel mehr beweisen, dass du die Kosten zurückspielen kannst, die der Kunde zahlt. Und ich glaube, früher konntest du einfach viel im Rahmen so einer allgemeinen Transformations-Digitalisierungsstrategie verkaufen, gerade an Mittelständler oder so ein großer oder mittelgroßer Unternehmen. Ich glaube, in Zukunft muss jedes Tool einfach beweisen, dass es sich rechnet. Dass es entweder ganz klar Kosten spart oder mehr Erträge bringt. Und das ist Teil des Produkts, würde ich sagen. Das wird wichtiger werden oder ist schon wichtiger geworden. Dann, was war die Frage? Der Rest der Frage? Ja, also quasi die Wichtigkeit, also wenn wir jetzt auf den Erfolg gucken einer Company, wie ändert sich auch die Relation zwischen Go-to-Market und das Produkt? Genau, also ich glaube, ich würde es nicht so gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube, aus meiner Sicht wäre die richtige Aussage, dass in Zukunft beides passen muss, damit du überhaupt noch verkaufen kannst. In der Vergangenheit konntest du entweder gut Marketing machen oder hattest du ein Produkt, was ich von alleine verkaufe, das ist jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Das reicht, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr zu verkaufen. Du musst ein Produkt haben, was für sich selber zahlt oder was ganz klare Effizienzgewinne bringt. Und du musst außerdem quasi noch besseres Marketing denn je machen, wenn du überhaupt verkaufen willst. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Software-Budgets bei Firmen nicht besonders stark ansteigen werden in der Zukunft. Das heißt, du musst irgendwo anders was rausessen, du musst ein anderes Tool ersetzen. Was auch ganz spannend ist, es gibt gerade ein Deck von Avenir, das ist ein East Coast aus New York, Growth Investor aus den USA. Die zeigen viele spannende Sachen. Aber das, was bei mir hängen geblieben ist, ist A, dass die meisten Software-Einkäufer sagen, sie wollen bei bestehenden Vendoren kaufen. Also da ging es konkret um AI-Software. Die sagen so, 16% sagen, wir schauen uns auf den Markt um. Mehr als 50% sagen, wir wollen eigentlich, dass unsere bestehenden Vendoren uns AI-Lösungen machen. Das zeigt, wie schwer es eigentlich ist, neue Lösungen in den Markt zu bringen als ein Vendor, der neu ist. Was die auch ganz gut beobachten, ist, dass die Revenue-Expansion runtergeht. Seit Sajane, wir hatten zum Höhepunkt der SaaS-Zeit so 120% NRR. Das ist sozusagen NRR, was gibt ein Kunde nächstes Jahr mit dir aus, der heute 100%. Wenn er heute 100.000 Euro mit dir ausgibt, schaffst du es, dass er im nächsten Jahr 120.000 mit dir ausgibt. Und das hat durch die Zeit im Schnitt für die gesamte Industrie relativ gut funktioniert. Und das geht jetzt runter, oder ist runtergegangen auf 110 nur noch. Also du verdienst noch 10% mehr mit jedem Kunden. Und das scheint so, als würde es weiter sinken. Also die Frage ist, haben wir irgendwann überhaupt noch positive Revenue-Expansion? Weil viele, wenn du ein Seed-Based-Modell hast, gibt es viele Leute, die einfach Leute entlassen haben, wo die Seeds wegfallen. Wenn du ein Volumen-Based-Modell hast, so wie ein Snowflake oder so, gibt es Leute, die halt versuchen, weniger Volumen in der Cloud zu rechnen. Wenn du ein Subscription-Based-Modell ohne einen Treiber wie Seeds oder Volumen hast, dann hast du wahrscheinlich schwerere Verhandlungen in Zukunft mit den Einkäufern. Und das heißt, wir wissen noch nicht, wo diese NRR am Ende landen wird. Das war spannend. Und was ich auch noch spannend finde, um noch in die Marketing-Ecke zu kommen, dass ein Großteil des Marketing-Spans im Markt eigentlich auch nicht mehr effizient ist. Nach alten Maßstäben, ihr kennt ja so diese Zahlen wie Magic-Number oder Payback-Time, das ist ja quasi der Care-Wert. Und früher wollte man so ein Magic-Number zwischen 0,7 und 0,8, hat man so alles perfekt erachtet. Also das heißt einfach gesagt, dass du eine Payback-Time von 14 bis 16 Monaten angestrebt hast. Also das, was du für Marketing ausgibst, muss in 1,4, 1,3 Jahren zurückkommen. Und man sieht, dass die Sales-Budgets in der Software noch weiter angestiegen sind von 2021, 2022, 2023, jetzt 2024. Aber was damit an sozusagen neuen Net-New-Revenue oder Incremental-Revenue generiert wurde, wird immer weniger. Das heißt, die Marketing-Effizienz sinkt gerade brutal. Wir geben genauso viel Geld aus wie früher, aber wir kriegen eigentlich nur noch die Hälfte des neuen Revenues damit akquiriert. Und das zeigt, wie schwer es ist, gerade neue Verträge zu unterschreiben, neue Kunden zu überschreiben und wie eigentlich alle Vendoren so um das verbliebene Budget, was es noch gibt. Das war eine sehr lange Antwort. Alles gut. Wenn Retention runtergeht und auch Expansion, also die Zahlen, eigentlich zunehmend schlechter werden, dann greift es ja auch sehr stark generell das Sales-Bus-Modell generell an. Weil ich meine, warum wird Sales so hoch bewertet? Naja, weil man sagt, okay, ein Kunde bleibt ewig lang da und erhöht im besten Fall jedes Jahr auch noch die Seeds oder auch generell, was er mit dem Vendoren auch ausgibt. Und deswegen, oder das ist ja gerade der Grund, weil ich in der Zukunft so viel Umsatz mir verspreche als Sales-Business, kann ich in der Acquisition auch mir einen sehr hohen CAC leisten, der unverhältnismäßig teilweise ist zum ersten Jahres-ACV. Und wenn das jetzt aber ändert in der neuen Welt, also ich würde mal sagen, die neue Welt hat angefangen so November 2021, als DocuSign irgendwie über nach 40 Prozent gedroppt ist. Davor war Wachstum über alles, jetzt irgendwie profitables, effizientes Wachstum. Wie würdest du sagen, muss ich, wenn wir jetzt auch die ganzen Veränderungen im Markt sehen, auch die neuen Unit-Economics und Business-Economics, die einfach heute Realität sind, wie muss sich dann ein Go-To-Market-Bereich generell einer Firma eigentlich neu aufbauen? Und wie siehst du da die Struktur der Zukunft? Also, sagen wir mal, das beobachtet ist genau richtig. Das ist ein Modell, das hat sehr gut funktioniert in einer Welt, wo alle Firmen wachsen und keiner pleite geht. Jetzt haben wir zwei Probleme, dass niemand mehr neue Leute, oder dass immer weniger neue Leute eingestellt haben, wobei das Hiring gerade wieder so ein bisschen losgeht, was mich auch gewundert hat, dass die Kostendisziplin komplett wieder verloren geht im Markt. Aber bis vor kurzem war es also, dass netto kaum noch neue Leute eingestellt worden sind. Also keine Seed-Expansion, keine Business-Expansion, wenn du so willst. Und du hast selber gesagt, dass ein Drittel der Firmen out of business gehen. Das sind alles Firmen, die einen Snowflake-Vertrag hatten, die einen Cloud-Share-Vertrag hatten, die einen Crowd-Share-Vertrag hatten, die vielleicht einen Service-Now-Vertrag hatten oder einen Personio-Vertrag. Und das gab es halt in der Vergangenheit nicht. In der Vergangenheit, durch das ZERB-Money, also das Zero-Interest-Rate-Szenario, ist ja quasi keine Firma, also wäre es eine Firma, die zwischen 2021 und 2022 pleite gegangen ist. Gab es nicht. Alle haben irgendwie noch neues Geld bekommen oder die allermeisten. Das heißt, einerseits hat man die mangelnde Revenue-Expansion, dass die bestehenden Kunden nicht mehr ausgeben oder nicht mehr ausgeben wollen zumindest. Und du hast Churn, weil Firmen sterben. Das verändert halt die Logik. Und du musst wahrscheinlich darauf den Customer-Lifetime-Berror. Das sind ja verschiedene Relationen. Ich habe eben von einem Magic-Number- oder Payback-Time geredet. Du kannst aber auch so ein Kack-CLV-Verhältnis nehmen. Und wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass der CLV sich im E-Commerce, aber auch im SaaS einfach brutal ändert. Also du hast, im CLV steht ja eine gewisse Annahme über die Revenue-Expansion drin. Die müssen wir anpassen. Also einerseits, wie gesagt, wir sind eher bei 110 als bei 120. NRR, das könnte noch weiter runtergehen. Wir müssen ein Risiko einberechnen. Also eigentlich müssen wir jede Company raten, wie wahrscheinlich ist das, dass es die in fünf Jahren noch gibt. Ansonsten kann ich halt diese unendliche Zahlungsreihe mir da gar nicht hinmalen, wenn ich Angst haben muss, dass die Company nicht mehr da ist in fünf Jahren. Was daraus resultiert, wenn sich das Kack-CLV-Verhältnis so verändert, ist natürlich, dass einzelne Kanäle, Events, Sales-Strukturen sich gar nicht mehr rechnen können. Das heißt, ich muss vielleicht viel mehr in den organischen Bereich gehen. Ich muss jeden Paid-Kanal scrutinisen. Ich muss jedes Event, jede Konferenz, jedes Event wird neu durchgerechnet bei Kunden, bin ich mir sicher. Also vor 2021 haben die Leute die Konferenzen so checkt, 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 da muss ich hin, da muss ich hin, da kann ich einen Kunden treffen, da war ich hin. Und heute muss jeder, der irgendwie ein Event plant, sagen, wie viele Leads er war. Das wird ganz anders durchgerechnet. Und das ist natürlich total gesund. Total, ja. Eigentlich wie man es immer machen sollte. Ja, genau. Also man muss ganz klar sagen, das, was vor zwei, drei Jahren passiert, das war nicht die Norm. Ja, voll. Das waren die Effekte von beliebem Geld. Und alles, was jetzt eingeheuert, ist eigentlich Rationalität. Wobei, also wir hatten jetzt die letzten sechs Quartale, glaube ich, haben Firmen wirklich gut gespart, sind effizienter geworden. Aber man sieht, wie gesagt, man versucht weiter mit eigentlich zu viel Marketing-Spend jetzt noch Wachstum zu generieren. Was aber nicht funktioniert, das habe ich gerade versucht zu beschreiben, mit der sinkenden Sales-Effizienz, ausgedrückt durch die Magic-Number. Und schaut man sich den gesamten Sektor an, ist das Hiring auch schon wieder auf einem relativ hohen Level. Und wir gucken uns auf den Public Markets ja immer relativ gut an, so was ist eigentlich das Revenue-Wachstum und damit das Gross-Profit-Wachstum, also wie viel Rohertrag, wie viel gewinnt die Firma am Rohertrag hinzu. Und wie viel steigen im Vergleich die operativen Ausgaben. Vor zwei Jahren konnte man schön sehen, dass die Firmen noch so irgendwie zwischen 12 und 15 Prozent gewachsen sind im Schnitt und die Kosten aber nur noch 3-4 Prozent gewachsen ist, weil man Leute entlassen hat. Und jetzt ist es eher so, dass das Wachstum runtergegangen ist auf hohe einstellige, niedrige zweistellige Zahlen, so sagen wir 9 bis 11 Prozent. Und dass die OPEX aber auch schon wieder mit 8-9 Prozent wachsen. Das heißt, die Firmen werden nicht mehr weiter effizienter, sondern im besten Fall schaffen sie es jetzt auf dem Level zu bleiben. Ja, also ich glaube auch, wir sehen es auch, du musst eben heute auf allen Kanälen eigentlich nochmal deine kompletten Playbooks hinterfragen und neu denken mit der neuen Realität und ganz neu herangehen zu lassen, einfach wählen, sodass die dann auch jetzt going forward einfach noch funktionieren und zu einem entsprechenden Wachstum kommst, was auch in einem entsprechenden Kostenverhältnis steht. Also aktuell TV hast du auch gerade angesprochen. Das Gute ist, ältere Firmen haben diesen Muskel noch, die müssen den nur reaktivieren. Da sitzen Leute im Marketing, die wissen noch, wie das geht, also wie man irgendwie den Kack durchrechnet oder wie man auf ein gutes Verhältnis kommt. Ich glaube, schwer wird es vor allem für die Firmen, die in den letzten zwei, drei Jahren gegründet worden sind, die also nie was anderes erlebt haben als diese Zeit. Ich glaube, das ist wirklich schwer, sich daran zu gewöhnen, wenn eventuell ein ganzes Modell nur durch billiges Geld funktioniert hat. Das ist wahrscheinlich das eine Drittel, was aus dem Markt geht. Du hast ja damals mit Idealo einer der ersten Internetfirmen so im deutschsprachigen Raum auch mit aufgebaut, hast glaube ich viel über SEO auch gemacht. Wenn du jetzt nochmal irgendwie CMO von einem Scale-Up wärst, wie würdest du die ganze Marketing-Thematik angehen? Was würdest du jetzt heute machen, um eine Firma wirklich groß zu machen? Ich glaube, das ändert sich ultimativ nicht so stark. Die Kanäle ändern sich natürlich. Also gerade im Social-Bereich hast du so, dass jede Generation ihr eigenes Medium hat. Also so meine Generation und vielleicht ein bisschen älter ist halt so die Facebook-Generation. Dann gibt es die ein bisschen jüngeren Menschen. Dann ist Instagram die nächste Welle. Dann Snapchat, dann TikTok. Und wer weiß, was als nächstes kommt. Das heißt, im Social-Bereich hast du, glaube ich, immer neue Kanäle. Ansonsten bleiben die Grundlagen. Das wollen Leute mal nicht hören. Leute wollen mal ein Silver Bullet. Was ist heute the shit? Jetzt hau doch mal einen raus, Tipp. Aber die Wahrheit ist, ich würde irgendwie früh anfangen, eine solide Basis für organisches Wachstum, also für SEO, eine gute Content und PR-Strategie so früh wie möglich aufbauen. Wenn du sagst gute Content-Strategie, da würden jetzt wahrscheinlich viele denken, ah ja, gute Content-Strategie, ich habe ja AI, kann ja jetzt irgendwie 200 Artikel im Monat launchen. Ist das der Weg für eine gute Content-Strategie? Man kann das, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht es klassisch, dass man sehr stark Top-Down arbeitet, also man identifiziert jeden Monat 10, 12 wichtige Themen und fokussiert sich auf, also prinzipiell gehe ich nicht gegen einen quantitativen Approach, sondern würde man sagen, mach lieber vier wirklich gute Artikel oder Content-Pieces statt 100 mittelmäßiger. Man könnte natürlich sagen, man nutzt AI, um so ein bisschen zu testen, wo gibt es eigentlich Volumen oder was könnte so ein bisschen, man schmeißt viele Sachen gegen die Wand und schaut, was kleben bleibt und dann arbeitet man manuell nochmal daran, das zu verbessern oder also ich würde das alles AI-unterstützt machen, was nicht funktioniert, wird es einfach AI-genervte Texte. Ich habe ein paar Firmen gesehen, die das probiert haben, das funktioniert auf beschränkte Zeit immer in ein paar Wochen maximal und wenn das sozusagen vom Umfang her zu viel wird, dann erkennt Google das eigentlich schon ganz gut, das ist kein originärer Wert. Wenn du sagst, AI unterstützt, auch hier nochmal für alle Zuschauer, dann sprichst du darum, im Research-Filial mit AI-Tools zu arbeiten und die Informationen zu sammeln, aber dann den finalen Artikel schon selber als Experte zu schreiben? Genau, also man kann beim Research sich irgendwie von Perplexity oder ChatGPT unterstützen lassen, man kann bei der Ideation, also es gibt ja so dieses Blanksheet-Problem, du sitzt vom weißen Blatt, weißt gar nicht, wie du anfangen willst, sich den Artikel strukturieren lassen oder sich einfach mal eine Version schreiben zu lassen und zu gucken, was sind eigentlich Topics, die ich covern muss, das ist gut. Und dann würde ich es irgendwie schon menschlich verfeinern oder mindestens bessere Überschriften, das Layout besser machen, ein paar Worte, die vielleicht komisch klingen, anpassen. Und dann kann man natürlich nochmal überlegen, ob man es nochmal adjustiert mithilfe von AI, also man sagt, das muss formell, wir richten uns an mittelständische Kunden, das muss formeller klingen oder wir richten uns an jüngere Unternehmer und Unternehmerinnen, das muss ein bisschen hipper klingen oder so. Also ich würde die Arbeit natürlich definitiv mit den gängigen Tools unterstützen, aber was nicht funktioniert, ist, dass du irgendwie ein gutes ChatGPT-Briefing schreibst, so wie du es früher für eine Content-Fabrik geschrieben hast oder so und dann kommt da ein Text raus, der aus SEO sich gut funktioniert. Verstanden. Also du würdest eine gute Content-Strategie bauen, wenn du das Marketing aufbaust, was würdest du da machen? Ich würde vor allen Dingen kein CMO, also das ist jetzt die Frage, wie du Scale-Up definierst, aber ich würde eine ganze Zeit sagen, sag mal so ab 10 Millionen eher. Da fängt es ein bisschen an, schwer zu werden. Ich würde sagen, davor würde ich kein CMO einstellen. Ich würde immer sagen, bis du da bist, stell extrem gute Spezialisten auf den Kanälen ein. Also kauf dir einen guten Head of Performance oder eine gute Head of Performance oder PPC oder wie du auch Page Channels wie du das nennst. Vielleicht auch eine gute Person auf Social, eine gute Person auf Paid Search, einen SEO-Spezialisten oder Spezialistin, einen für LinkedIn oder maybe Cover LinkedIn mit einer Agentur, wenn es nicht groß genug ist insgesamt als Kanal und investiere lieber sozusagen in Channel-Expertise als, weil ganz ehrlich, was macht ein CMO? Also wir brauchen in einem Scale-Up ja keinen CMO, der irgendwie die Channel budgetiert. Wir schauen ja jeden Tag in den Account, was rechnet sich und was nicht. Wir haben irgendwie ein rudimentäres Attributionsmodell, was einigermaßen, also was uns weniger blind macht, aber das muss nicht perfekt sein. Okay, dann bist du nicht CMO, sondern du bist CEO und hast natürlich auch den Job, die Marketing-Funktion aufzubauen. Deswegen würde ich so spät wie möglich ein CMO. Also es gibt einen Grund, wenn ich ein CMO einstellen würde, eine CMO ist, wenn ich irgendwie dabei bin, eine echte Brand zu bauen und dann würde ich wahrscheinlich aber auch den oder die CMO auch als Expertin für Brands sehen oder eigentlich im Kopf Channel-Manager-Brand und die Budgetierung der Kanäle würde ich eigentlich immer noch den CFO mit den Channel-Spezialisten aushandeln lassen oder die CFO. Meine Erfahrung ist, dass das zum besten Ergebnis wird. Weil diese klassischen Consumer-Gods CFOs, die irgendwie in Kanälen Geld verteilen und am Anfang des Jahres budgetieren und dann im Quartal nochmal nachrechnen, so funktionieren weder Start-Up noch Scale-Up. Wir wissen einfach nicht, was wir in drei Monaten in welchem Kanal ausgeben, bevor wir die Zahlen aus den Kanälen kennen. Also man sollte so dynamisch arbeiten. Das ist selbstverständlich. Aber deswegen bin ich so ein bisschen gegen den frühen CMO und würde stattdessen also einmal identifizieren, was sind meine relevanten Kanäle. Das wären bei SaaS in der Regel irgendwie Events, Paid Search, dann können wir so ein bisschen Partner, also G2, OMR Reviews. Directories und sowas. Genau, das sein. Organic Partnerships, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. LinkedIn muss man schauen, ob das groß genug wird, dass es eine eigene Stelle rechtfertigt, ob man es über eine Agentur abbildet, glaube ich. Und Paid Social muss man schon schauen, ob es überhaupt, also würde ich schon testen. Also mit Meta. Zuerst, wenn es mit Meta funktioniert, könnte man schauen, ob wie Snap oder TikTok funktioniert. Also ich identifiziere die Kanäle und idealerweise würde ich so maximal drei, vier Kanäle am Anfang anfangen, also nicht zu viele machen. Ich habe früher einen Vortrag gehalten in der Rocket-Zeit, wie eigentlich Wachstum entsteht, also wie Überwachstum entsteht. Und die Schlussfolgerung war so ein bisschen, dass es immer daraus kommt, Dinge nicht zu machen. Also dich nicht auf zu viele Sachen zu konzentrieren, sondern zwei, drei Sachen wirklich zu meistern und so würde ich die ersten Marketing-Kanäle auch angehen. Genau. Ja, ich meine, die meisten, wir sehen es auch sehr oft, bevor man irgendwie einen Kanal nicht mal annähernd ausgeschöpft hat, versucht man schon drei weitere aufzumachen, was halt keinen Sinn macht. Weil wenn du, ich glaube, es ist einfach, einen neuen Kanal zu testen und erste Ergebnisse zu erzielen, aber den wirklich maximal auszuschöpfen und zu skalieren, das ist super, super schwierig. Du wirst immer wieder neue Plateaus erreichen, wo dann nochmal neue Taktiken auch gefragt sind, um aufs nächste Level zu kommen. Ja. Und du musst ja auch erstmal so viel Volumen aus dem Kanal rausholen, dass du den Overhead, also die Person, die daran arbeitet, sich rechnen. Also du musst den Deckungsbeitrag positiv spielen können, den Kanal. Das wird schon mal schwer an der Herausforderung in vielen Kanälen, dass du überhaupt Geld sozusagen an, dass jeder Dollar mindestens einmal zurückkommt. Dann musst du auch den Overhead irgendwie einen Manager oder eine Managerin, die irgendwie zwischen 50.000 und 80.000 im Jahr mindestens kostet, finanzieren. Ich würde es sogar hinzufügen, dass gerade PaidSocial kannst du gar nicht mit einer Person auf einem exzellenten Niveau executen, weil du hast so viel Kreativbereich, Copy etc. Dann hast du den Performance Manager, der macht die ganzen technischen Sachen, du hast jemanden, der macht Creative Strategy, also die übergeordnete Story, du hast jemand für das Design, dann vielleicht noch jemand, der Videos schneidet, also kommen so viele Leute zusammen. Das heißt, das mit eigenen Mitarbeitern alles dann im Endeffekt profitabel aufzubauen, dauert halt sehr lange, ist nicht einfach. Ja, und also ich würde sagen, für junge SaaS-Firmen verbietet sich das fast. Also ich schaue schon sehr differenziert darauf, wo man Agenturen nimmt und wo man auch ganz sicher keine Agenturen nehmen sollte, aber das ist definitiv ein Bereich, wo man allein aus Overhead gründet, weil man die volle Stelle, also was denn ja oft gemacht wird stattdessen ist, dass man eine junge Berufsanfängerin oder Berufsanfänger einstellt und die macht dann alle Social Candidate und hat irgendwie, weil sie die besten Photoshop-Skills in der Company hat. Aber du brauchst, wie du richtig sagst, du brauchst halt einmal den Creative dafür und du brauchst aber auch den Quant, der die Kampagnen, also einen quantitativ denkenden Menschen, der die Kampagnen auswertet am Ende und du, also die Lösung mit dem Junior, der alle so ein bisschen rumfrickelt in allen Kanälen, ist definitiv eigentlich die schlechteste. Okay, also du würdest dir drei relevante Channel, wo deine Zielgruppe sich befindet, aussuchen und dann absolute Experten draufsetzen, ob jetzt mit Agentur oder intern, aber auf jeden Fall Leute, die sehr viel Erfahrung haben und die nötigen Skills, um das dann intensiv mit Fokus aufzubauen. Genau, ich glaube, so drei Setups, also man kann es mit Agentur machen, man kann es mit einem wirklichen Experten, den man akquirieren kann, machen oder ich glaube, was schon auch funktioniert, ist, dass wenn man Personal mit wirklich viel Potenzial hat, dass man so eine Mentor-Junior-Relationship macht, also dass man mit einem anderen Gründer oder Gründerin redet, so wer macht das denn bei euch und so können wir den uns einmal die Woche für eine Stunde ausleihen und die oder der Mentor hat einfach unseren Junior. Wir glauben, so wir haben smarte Leute in der Company, die können das lernen und ganz ehrlich, alle mag also, bei Rocket habe ich immer gesagt, ein SEO kann ich einem Schimpansen beibringen, das ist alles nicht so schwer oder die meisten Paid-Kanäle sind mal abseits von Creative, sondern sehr quantitativ, das kann jeder, der gut rechnen kann oder Excel. Und von daher sagen, wenn man ein High Potential Junior hat, dann glaube ich, kann das funktionieren, aber dann sollte man irgendwie Zugang zu Wissen zur Seite stellen. Entweder ein hohes Education-Budget, dass sie oder er viele Konferenzen besuchen kann oder eben so eine Mentorship-Beziehung. Also ich glaube, das kann kostengünstiger funktionieren und man hat den Vorteil, dass man halt jemand sehr jung ist, sehr ambitioniert ist, damit gewinnen kann und auch was für deren Karriere tut natürlich. Wir haben jetzt sehr viel über die Herangehensweise, wie ich auch das Team aufbaue und mit den einzelnen Channeln gesprochen, was sich ja auch sehr stark im Markt verändert, neben den makroökonomischen Tatsachen, ist ja auch das Kaufverhalten. Also wie man heute auch vorgeht, wenn ich evaluiere, welche Software jetzt für mich relevant ist, welche auch nicht. Wir leben ja in einer Buyer-led-Economy heutzutage, absolut. Also die Buyer haben die Power, wir wollen selber Research machen, wir wollen am liebsten so spät wie möglich erst mit Sales sprechen, eigentlich fast schon, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und nicht, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wie ich quasi auch meine Website gestalte, meine ganzen Auftritte, ist ja ganz anders als noch früher. Früher war es vielleicht so, es hat Simply Website gereicht, eine starke Call to Action und viele haben sich eine Demo gebucht, weil sie wussten, die meisten Informationen bekomme ich eben dann erst in der Demo. Heutzutage erwarten wir es, alle Informationen eigentlich schon vor der Demo zu bekommen. Nicht nur den Preis, sondern auch alle Features, eine Integration, irgendwie auch, wie sieht das Onboarding aus, also eigentlich alle Fragen, etc. Das heißt, es ist ja viel komplexer für B2B SaaS Companies heutzutage, eine Website zu gestalten, die trotzdem noch mit einer entsprechenden Effektivität und Effizienz Demo-Buchungen herbeiruft. Wie würdest du das ganze Thema heute vielleicht auch gerade wegen dem neuen Kaufverhalten auch anders angehen? Das hängt natürlich sehr davon ab, was der Average Contract Value ist von dem Produkt, die du verkaufst. Ich glaube, eine Sache, da wo es möglich ist, ist wirklich Free Trials zu machen und dabei möglichst viel Time Commitment von Kunden zu bekommen. Also das kann, sagen wir mal, ich baue irgendwie einen Snowflake-Konkurrenten oder ein Analyse-Tool für Paid-Kanäle oder so, wo ich niedrige Kosten bei mir selber habe, da die Leute damit rumspielen lassen und schon mal irgendwelche Datenbank-Verbindungen zu machen und schon mal sozusagen Daten hochladen in das Produkt, wo sie irgendwann so viel Zeit darin verbracht haben, dass es dann einfacher wird oder dass man nicht mehr zurück wird eigentlich, dass man so diese Compounding-Losses hat, also schon die Reports rausschicken, sie ruhig einen Monat damit spielen lassen, sodass sie beginnen, das Produkt zu vermissen eigentlich. Wenn man glaubt, dass man ein Produkt hat, wo das funktioniert, dann würde ich das machen, weil dadurch, dass Menschen so viel Zeit da reinstecken, wollen sie diese untergegangene Zeit irgendwann nicht mehr abgeben und dann kriegst du, ich glaube, das sind dann eher so Produkte, die irgendwo zwischen vielleicht 200, 300 Euro im Monat und bis zu 3000 Euro im Monat, wo die Person noch selber die Entscheidung treffen kann, vor allen Dingen. Das kann eine Strategie sein. Dann, ich glaube, was zumindest bislang noch viel zu wenig gemacht wird, ist, dass SaaS-Founder sich Gedanken über eine wirklich professionelle Meinung oder Auswertung zum Pricing zu machen. Ich arbeite ja viel so mit Private Equity. Companies sind eine der ersten Sachen, die wir uns immer anschauen, ist sozusagen ein Pricing-Hebel, die man hat, weil mein Gefühl ist, I might be wrong, aber mein Gefühl ist, dass 60 bis 80 Prozent der Companies das noch nie wirklich, wirklich wissenschaftlich angegangen haben, was die Zahlungsbereitschaft ist, die gucken sich mal irgendwo dieses Standard pro Enterprise an und machen eine Lösung rot und grün und verfolgen so ein paar Conversion-Tests damit. Aber das wirkliche Maximum der Zahlungsbereitschaft gut abzugreifen, ich glaube, das gelingt noch den wenigsten Companies, auch so ein bisschen, weil es in der Vergangenheit nicht wichtig war. Ich glaube, da liegt ab einer gewissen Größe unheimlich viel Potenzial. Ich finde, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, Transparenz über den Prozess richtig, also wie funktioniert ein Onboarding, was sind die nächsten Steps, möchte ich die überhaupt gehen? Wie gesagt, so ein Free Trial kann zum Beispiel helfen, dabei das so ein bisschen zu überwinden, aber was ist auch ein erwarteter Implementierungsaufwand, das sind so Kosten, die man nicht sieht, aber die relevant sind bei Unternehmen. Was kostet mich das eigentlich eine neue Software einzuführen? Wie lange braucht ein Kunde? Und das kann natürlich aber ein spannender Case kann natürlich sein, ich zeige drei Kunden, also wenn ich vielleicht so industriespezifische Landingpages habe, größere SaaS-Formen machen das ja eigentlich, dass wir jede Industrie eine eigene Landingpage haben. Wenn ich da natürlich zwei Logos aus der Industrie drin habe, die ausreichend groß sind und die sagen, die haben das in der halben zwei Monaten implementiert, das kann natürlich auch nochmal Vertrauen schaffen oder Interesse am Produkt. Wenn ich weiß, da wird jetzt kein 18-Monate-Projekt raus, bis ich sozusagen die ersten Rückschlüsse habe oder die ersten Effizienzgewinner. ich muss damit rechnen, dass ich verglichen werde mit anderen Lösungen. Also früher haben wir Sales-Leute rausgeschickt oder Leute auf Konferenzen überfallen und gesagt, das ist die Lösung, die du kaufen musst. Das gibt man keine andere. Genau, und wenn es keinen Einkauf gab bei der Firma, dann konntest du damit gewinnen tatsächlich. Total. Und jetzt müssen wir, glaube ich, darauf vorbereitet sein, dass Leute halt Shop Around machen bei G2, All My Reviews, Gartner, Forrester sich informieren und so weiter. Ich glaube auch, was sehr, sehr relevant ist, ich habe neulich die neue Gartner Buyer Behavior Studie von 2024 gelesen, die sagt, dass 96% B2B-Buyer mit einer Shortlist von vier Vendoren schon starten, wenn sie quasi ein Problem lösen müssen und dafür eine Software suchen. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Jobs. Einmal muss ich es schaffen, in diese Shortlist zu kommen, für meinen Vertical natürlich, für meine ICPs. Und dann muss ich es schaffen, wenn ich in der Shortlist bin, ganz genau zu wissen, was sind eigentlich meine Competitor, die auf jeden Fall angeschaut werden, wenn jemand sich für eine Lösung wie meine entscheidet und wie differenziere ich mich eigentlich ganz klar. Und auch schon diese Differenzierung im Messaging, in der ganzen Inbound-Buying-Experience auch, wenn ich quasi in diesem Prozess bin, klar zu kommunizieren, was hier eigentlich die Benefits sind. Und ich glaube, das vergessen aber viele, diese zwei Schritte wirklich systematisch dann auch anzugehen. Ja, absolut. Weil ich meine, früher, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Tool angeguckt habe und da habe ich gesagt, okay, geil, sowas gab es noch nicht. Hammer, dass es jetzt hier eine Software gibt. Krass. Klar buche ich mir jetzt eine Demo heute. Ja, okay, nettes Tool. Gibt es sicherlich tausend andere, die es auch machen. Direkt googeln, irgendwie Competitor von XY. Deswegen ist ja auch die ganze Competitor-Geschichte, Competitor-Ads etc., Competitor-Landing-Pages, hattest du gerade gesprochen, unglaublich wichtig. Und auch die ganze, einfach die Customer-Journey mitzudenken, was, wie möchte eigentlich mein Kunde heute einkaufen? Also diese Frage ist ihm ja wirklich zu stellen. Ja, absolut. und Kunden wissen halt inzwischen, wie du richtig sagst, sie gehen davon aus, dass es selbst für eine Nischenlösung mindestens zwei, drei Competitor, vier Competitor gibt. Also eine Sache, die man natürlich machen kann, ist so Vertikalisierung. Ich sage, ich baue eine Software für das Gesundheitswesen oder für die Baubranche oder so. Und nur für Bauunternehmen, die so groß sind, dass sie noch keine eigene IT-Abteilung haben. Also man kann das immer weitermachen. Aber, und ich glaube, das ist ein Trend, den es geben wird. Gerade mit AI kannst du Software nochmal deutlich effizienter aufbauen oder bestehende Software noch schneller replizieren. Und im schlimmsten Fall hast du so eine totale Fragmentierung von Software, was dann die Sales-Kosten komplett hochkommt. Und können eigentlich, die Firmen sind dann so klein, dass sie eigentlich kaum noch so einen Sales leisten können. Dann ist du einen komplett fragmentierten Markt, wo es für Friseure verschiedene Lösungen dafür gibt, je nachdem, ob sie drei oder mehr als fünf Seeds haben in ihrem Friseur sozusagen. Ich glaube schon, dass das in die Richtung gehen wird, ehrlich gesagt, aber es schafft auch vielerlei. Und in jeder dieser Nische wirst du immer noch verschiedene Anbieter haben. Ja, 100 Prozent. Und ich glaube auch, mit zunehmendem AI wird ja sehr viel mehr auch einfach gleich aussehen dann von den verschiedenen Anbietern. Also es ist, glaube ich, zunehmend schwieriger, sich wirklich in der Außenwahrnehmung und Darstellung auch wirklich zu differenzieren. und da möchte ich so ein bisschen den Switch hinten zu machen auf, wie siehst du das eigentlich, wenn irgendwie alle mit AI ihr Komplexunternehmen durchoptimiert haben und dann ist ja jeder wieder gleich, dann gibt es wieder keinen Werbsvorteil sozusagen. Wie schafft man es denn oder wie siehst du das in Zukunft? Würdest du sagen, Brand ist das Einzige, was sich dann noch unterscheidet zwischen den Firmen, so in der Außendarstellung? Wie man sich abhebt? Also, das, was ich eben beschrieben habe, ist ja so ein bisschen die Commoditization of Software. Also, dass Software zum absoluten Industriegut wird und wie du richtig sagst, dann daraus folgt dann, dass es kaum noch Differenzierung gibt dazwischen. Ich denke einerseits so wieder an diese Statistik, dass die meisten Leute halt von bestehenden Vendoren kaufen würden und das ist letztlich dann, dahinter steht ja eigentlich eine Brandvorliebe. Die sagen halt, ich vertraue meinem ServiceNow oder ich vertraue meinem Microsoft oder meinem Salesforce und deswegen möchte ich eigentlich, ich möchte nicht ständig neue Best-of-Breed-Sachen kaufen, sondern ich will einfach von Adobe oder Salesforce erwarten, dass sie irgendwie den besten AI-Creator für Werbekampagnen für mich bauen. Das heißt, ich glaube in dem Bereich, also das wird wahrscheinlich ein Vorteil. man kann sagen, die großen Firmen sind von der Kostenstruktur ein bisschen ineffizienter, behäbiger, sind nicht so schnell, wie Startups adaptieren vielleicht neue Lösungen nicht so schnell, aber sie können halt durch ihre bestehenden Verkaufskanäle einfach viel einfacher Sachen zu kaufen. Das ist wahrscheinlich, dass die großen Firmen wahrscheinlich auch kleine Solutions sich immer mehr schlucken und hinzukaufen werden. Also sie sagen, wir kaufen uns das, der neue Best-of-Breed-Ansatz ist, die großen Firmen kaufen Best-of-Breed sich selber zusammen und verkaufen es durch ihr Distributionsnetzwerk wie so ein Oracle vielleicht oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr daran geht, das Problem ist natürlich für kleine Firmen es unheimlich schwer ist, irgendwie eine Differenzierung der Brand aufzubauen. Du kannst das, wie gesagt, durch Vertikalisierung, dass ich halt in der Nische besonders gut bediene, machen, aber sag mir mal, wäre eine wirklich gute Software-Brand in Europa in den letzten zehn Jahren auf. Vielleicht Etienne so als Payment-Anbieter würde ich sagen, vielleicht Stripe auch Payment, aber ansonsten würde ich sagen, so starke Love-Brands in der Software. Kennst du welche? Ich überlege gerade selber, also Cleo finde ich schon stark von der Brand her, also nutze ich gern, hat irgendwie so ein Apple-Feeling auch für mich, aber ja, bin ich schon bei dir. Ich glaube, aber wenn ich an ein Vertical denke, ist es schon so, dass mir direkt ein paar Namen irgendwie so in den Kopf kommen und es sind oftmals nicht unbedingt dann die Größten auch in dem Space, sondern schon die, die einfach eine coole Brand haben, wo ich viel auf LinkedIn sehe, wo ich sage, hey, das finde ich irgendwie cool, was die machen und da spielt für mich auch das Thema Personal Brand stark mit rein tatsächlich. Also ich habe oftmals eine starke Sympathie und Verbundenheit, einfach wenn Unternehmen nicht nur die ganze Zeit eine professionelle Unternehmenskommunikation an den Tag legen, sondern menschlicher werden. Subject Matter Experts auch vorschicken oder im besten Fall eine Founder Brand auch aufbauen. Also ich denke da auch viel an die USA-Founder. Adam Robinson, weiß ich nicht, ob du den auf LinkedIn gesehen hast in letzter Zeit, ist unglaublich aktiv und hat halt ein Tool in Competition zu Sixth Sense gebaut und ist halt dadurch, dass er sein Gesicht quasi sehr stark präsentiert, viel vertrauenswürdiger als Sixth Sense, die da halt jetzt nicht unbedingt so eine starke Personal Brand auch aufbauen. Und ich meine, du hast ja auch eine mega Personal Brand auf LinkedIn, nicht auf LinkedIn generell. Ich bin mir sicher, dass es einen großen Impact auch hat für alles, was du tust. Und ich frage mich, warum ist es so, dass wir in Deutschland so wenig Founder haben, die sagen, dieses Founder-Let-Marketing fast schon ist ein essentieller Bestandteil eigentlich da, dabei wirklich auch eine Differenzierung darzustellen, weil ich es damit halt schaffe, Vertrauen wie kein Zweiter aufzubauen, weil wir vertrauen ja Menschen immer noch mehr als Logos. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, ich meine, du bist sicherlich großer Fan, sonst würdest du selber auch nicht so mit deiner Brand nach draußen gehen, aber warum sind wir da in Deutschland, warum gehen wir das so konservativ an im Vergleich zu den Amis? Also ich habe meine Brand nie so geplant, also im Nachhinein sieht es vielleicht so aus, aber das ist, also A, hat es 20 Jahre gedauert, das aufzubauen, das wirkt oft dann so wie so ein Overnight-Success, dass man einmal auf einer großen Bühne war und jetzt kennen alle. Tatsächlich ist das so über Jahrzehnte wirklich gestanden. Ich würde auch sagen, es ist nicht ein Must-Have, es gibt auch viele große Software-Companies, die das geschaffen haben, also gerade im Cyber-Security-Bereich, obwohl da gibt es Beispiele, sozusagen sehr stark Founder-Brand, aber auch welche, die fast anonyme Founder haben. Ich glaube schon, beide Wege gehen, ich würde aber sagen, vor dem Hintergrund, den wir gerade davor beschrieben haben, ist es natürlich ein möglicher unfairer Vorteil, den du erringen kannst, dass du es einfach schaffst, diese Subject-Matter-Expert-Rolle einzunehmen. Das ist auch was, vorhin, als du mich nach den Marketing-Strategien gefragt hast, für Scale-Ups, so zur Organic-Strategie gehört für mich immer, oder zur SEO- und Organic-Strategie, habe ich jetzt eine PR-Arbeit erwähnt, und die Founder-Brand oder einen anderen Company-internen Expert oder Expertin zu finden, würde ich so früh wie möglich anfangen, dass du es schaffst, für irgendein Thema, das kann Steuern sein, Personalwirtschaft, Leute zu Beginn auf die Bühnen zu bringen, idealerweise irgendwann so weit zu bringen, dass sie sogar im TV als Experte angefragt werden. Man kann nicht früh genug damit anfangen, das aufzubauen. In der Regel eignet sich Gründer oder Gründerin dafür natürlich perfekt. Die Frage ist, ob man so viel Zeit investieren möchte, langfristig. Deswegen kann man manchmal, glaube ich, auch jemand anderes in der Firma dafür nutzen, aber ich glaube, das kann so ein unfairer Vorteil sein, und es wäre es wahrscheinlich dumm, den nicht zu nutzen. Man muss hier aber natürlich, also das funktioniert nur, wenn einem das liegt. Ja, das bin ich bei dir. Man kann auch das natürlich irgendwie extern bewirtschaften lassen, auch dafür gibt es irgendwie Angebote. Ich finde das immer erkennbar, ehrlich gesagt, wenn, weil ich schreibe dann manchmal Leute, die ich kenne, also die ich persönlich kenne, vielleicht sogar gute Freunde an, und sag so, welche PR-Agentur hast du bei? Weil ich sehe so, die haben einen LinkedIn-Post geschrieben, wo ich 100% weiß, der Kunde nicht von ihnen. Und jeder von deren Kunden, die den mal getroffen hat, wissen auch, das war nicht er. Deswegen glaube ich, es ist kompliziert, das extern zu machen. Aber wenn man jemanden hat, der dazu geeignet ist, dann würde ich das unbedingt unterstützen. Ich finde das im HR-Bereich macht das Sebastian Detmers von StepStone zum Beispiel extrem gut, aber auch Miles Luther von HeyJobs sozusagen einem Konkurrenten, die sehr gut ein sehr gutes LinkedIn-Game oder so willst, hast du das Matter-Expert. Christoph von Instafo macht da auch viel. Stimmt, genau, genau auch. Und ja, wie gesagt, das nicht zu nutzen, man vergibt einfach, glaube ich, eine große Chance. Ich glaube, es geht ohne, aber es ist natürlich einfacher, wenn du jemanden hast und am Ende gerade in Social-Kanälen funktionieren Menschen halt deutlich besser. Also eigentlich Firmen haben keinen Reach in Social. Es gibt ja immer Leute, die sagen, irgendwie eine große Unternehmensberatung, der Account hat mich geliked und das würde irgendwas bedeuten. Natürlich bringt es gar nichts, weil die Firmenaccount in der Regel keinen Reach haben, sondern nur Personen auf LinkedIn funktionieren. Ja, und man kann ja auch sehr viel machen. Also wir kennen es alle von YouTube, das, was auf YouTube gut funktioniert, ist, wenn zwei Rapper sich gegeneinander so ein bisschen beefen. Ich sehe das jetzt auch, vorhin erwähnt, Adam Robertson beeft sich mit Sixth Sense, hat halt sehr stark aufs Produkt geschossen. Daraufhin kam ein Anwaltschreiben von Sixth Sense zu Adam Robertson. Irgendwas hat er gemacht, Bild vom Anwaltschreiben und auf LinkedIn gepostet, was natürlich zu extrem viel Reach gesorgt hat und für ihn eine sehr starke Sympathie aufgebaut hat natürlich. Und man muss natürlich auffassen, was auch die Brand sein soll. Wenn du sagst, ich bin ein harter Challenger, der irgendwie, also sagen wir, mein Vorbildprodukt isn't loved by everyone oder so, das ist ein Produkt, was Leute nutzen müssen oder so, als der Incumbent ist, dann kann es natürlich eine Strategie sein, ich mache den aggressiven Challenger und ich bin sozusagen der kleine Don Quijote, der gegen die Windmühle mal reitet und dann passt das natürlich perfekt. Man muss natürlich auch schauen, dass man Einkäufer nicht abschreckt oder so, wenn es zu sehr off-brandt. Es ist auch ein bisschen so eine Mentalität, ich glaube in den USA sehen wir das öfter, dass wirklich so eine krasse Competition öffentlich ausgetragen wird zwischen zwei Firmen, in Deutschland würde das niemand machen, das sind ja alle sehr professionell konservativ. Ich sehe dich da ein bisschen anders, ich feiere dich sehr stark dafür, dass du so provozierende Thesen aufstellst oder auch mal aneckst und dich nicht davor scheust, auch mal irgendwie einen bolden Kommentar zu hinterlassen bei irgendwelchen LinkedIn-Posts. Warum machst du das? Was steckt da dahinter? Ist das Teil deiner Personal Branding-Strategie oder einfach weil es dir wichtig ist, dass die Wahrheit sozusagen ausgesprochen wird oder was steckt da dahinter? Ja, du hast das Wichtigste schon gesagt. Also A, ich mache das nicht, um jemanden zu provozieren, sondern das, was andere Leute als skeptisch oder provokant oder ähnliches titulieren, ist ja, ich hoffe, dass das in aller Regel einfach die Wahrheit ist. Ich mache nichts anderes als die Wahrheit. Also insbesondere, ich habe das Gefühl, so eine Art publizistischen Drang oder so, dass ich schon mich immer so ein bisschen als Journalist fühle und wenn ich dann nachweislich PR sehe und vielleicht auch noch welche, die ich für besonders unwahrheitsgemäß halte, dann habe ich so einen intuitiven Drang, das richtig zu stellen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich die Wahrheitspolizei im Internet bin, aber ich denke, wenn Leute gut PR machen und dahinter steckt auch ein bisschen immer die Anerkennung und oft sage ich das auch, dass es gibt Firmen, die einfach sehr gut PR machen. Ich finde, WeFox hat zum Beispiel, ich halte es, also ich will nicht einen Cent investiert haben in die Firma selber, aber ich finde, dass Julian Teic die beste PR gemacht hat von allen Gründern in Deutschland. Niemand war so oft auf Bloomberg CNN und in Publications, wo kein anderer Gründer oder Gründerin reinkommt. Aber ich denke halt, dass wenn jemand so gut PR macht und wenn die PR auch einfach von der, von den realen Entwicklungen abweicht, dann nehme ich mir das Recht, das so darzustellen. Und es gibt so diesen Sinnspruch, dass die Wahrheit ist jedem zumutbar und ich glaube, was ich nicht mag, ist, wenn man dann so als Hater dargestellt wird oder so. Und ich glaube, es ist kein Hate, wenn ich die Wahrheit sage, wenn ich irgendwie die reale Performance von einem Fonds kommentiere oder wenn ich versuche zu erklären, wie gewisse Investmentrunden tatsächlich zustande gekommen sind oder wie viel Geld da wirklich geflossen ist. Ich glaube, das ist, was die Öffentlichkeit verdient und das ist irgendwas, was in mir drinsteckt, so ein Chip on the shoulder oder so ein Hitch, den ich kratzen muss. Es geht nicht daran, dass ich es nie persönlich gemeint habe. Es gibt oft Leute, die mit der Ansprache und denken so, ich mag sie nicht. Aber ich sitze dann manchmal abends mit denen in einem Hotelbar und kann ganz normal mich mit denen unterhalten, weil es ist nicht persönlich, sondern es geht darum, ein Narrativ, was entweder übertrieben oder schlicht falsch ist, zu korrigieren oder zumindest eine andere Sichtweise dazu anzubieten. Und das sollte man sportlich nehmen. Also ich meine, am Ende ist es so ein bisschen die Reaktion darauf, dass du zu gute PR gemacht hast, wenn du so willst. Ja. Also ich bin großer Fan. Ich meine, wir hier im Podcast sind auch sehr direkt sehr bold in den Thesen, die wir aufstellen und auch in meinen LinkedIn-Post. Also ich habe auch schon öfter gehört, Jojaba, die sind immer so ein bisschen sehr bold irgendwie mit ihren Thesen etc. Aber ich finde, das sorgt dafür und auch bei dir einfach, dass mehr Diskussion entsteht, dass Leute nochmal sich vielleicht einmal mehr Gedanken machen, hey, ist das eigentlich so korrekt etc. und dementsprechend finde ich es super produktiv und das ist auch noch ein anderer Punkt tatsächlich, warum ich es mache. Es ist so ein bisschen, LinkedIn ist ja so ein bisschen mehr zu Hause geworden. Ich war früher viel auf Twitter, das ist heute unerträglich, sowohl rein technisch, das zu konsumieren ist schwer geworden, aber auch das Klima hat sich dann stark verschlechtert und ein bisschen steckt dahinter auch, dass ich dafür kämpfe, dass LinkedIn, wenn ich sagen, so bleibt, wie es ist oder so wird, wie es möchte. Also dass es nicht komplett von Self-Promotion übernommen wird, dass es nicht komplett ein komplettes PR-Medium wird, sondern ich nutze LinkedIn schon manchmal noch wie ein Newsfeed und durch die Interaktion kuratierst du dir automatisch auch, dass es mehr und mehr so funktioniert und ich glaube, es macht was mit Leuten, wenn sie merken, Dinge bleiben hier nicht unwidersprochen. Also ich kann nicht, wenn ich da einfach Bullshit runterposte und alle meine Freunde schreiben Kongrets runter, dann glauben Leute, damit komme ich durch, dann werden sie es noch mehr machen, werden noch dreister sein und werden irgendwann, es gibt ja auch durchaus Leute, die das fast betrügerisch nutzen und ich glaube einfach zu wissen, es könnte ein Typ auftauchen, der jetzt irgendwie eine Geschichte aus meiner Vergangenheit rausholt oder der mit öffentlich verfügbaren Daten diese PR-Story umkippt, führt zu so einer Art Selbstdisziplin, auch dass Leute sich dreimal überlegen, ob sie mich Bullshit posten, weil sie Angst haben müssen, dass jemand einen Kommentar darunter schreibt, der am Ende sozusagen noch mehr Leute erreicht als ihre PR-Story und das ist ultimativ vielleicht sogar einen negativen Effekt, die ihre Brand hat. Ja und die meisten Leute trauen sich einfach nicht, gerade Leute, die in irgendwelchen Corporate-Strukturen sind, die trauen sich noch viel öfter weniger. Das ist natürlich mein großer Vorteil, dass ich keinen Herrn habe. Also ich habe viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, aber die nehme ich glaube ich alle als relativ so independent player oder free agent wahr und das gibt mir natürlich, und da bin ich sehr dankbar für, gibt mir die Freiheit, dass ich einer der wenigen bin, die relativ offen darüber sprechen können. Das wäre die perfekte Vorlage für meine nächste Frage gegeben. Du machst ja wirklich unglaublich viele Dinge gleichzeitig. Was ist so dein Hack, wie du da einen kalten, kühlen Kopf auch bewahrst? Wie kriegst du alles unter deinen Hut, sodass du dem Anspruch, den sicherlich auch jedes einzelne Projekt auch an dich hat oder du an dich selber gerecht wirst, da eine gewisse Qualität auch immer wieder neu abzuliefern? Also die einfache Antwort ist, ich kriege nicht alles unter deinen Hut. Also ich habe immer so viel zu tun, dass ich irgendwelche Dinge nicht schaffe. Ich glaube, dass das aber auch effizient ist oder dass das dafür sorgt, dass man gut priorisieren muss. Ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, was wichtig ist. Es bleiben immer Dinge bei mir liegen. Es bleiben immer, hast du selber vielleicht auch bei der Podcast-Vorbereitung gemerkt, manchmal muss man irgendwie eine E-Mail per WhatsApp hinterhergehen oder so. Ich muss halt Dinge so priorisieren, dass ich die wichtigsten Dinge schaffe. Ich glaube, deswegen würde ich auch in der Corporate-Welt nicht funktionieren. In der Welt, wo ich jede E-Mail beantworten muss, wenn sie von oben kommt oder so, das würde alles nicht funktionieren. Das heißt, ich priorisiere Dinge natürlich für mich. Das heißt, irgendwie an einem Tag, wo man nicht sogar drauf ist, macht man auch die Sachen, die am besten im Floh sind oder so, worauf man Lust hat. Es gibt dann aber Tage, wo man irgendwie sehr produktiv aufwacht und dann arbeitet man halt Sachen weg, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Aber prinzipiell bin ich sehr dankbar für das eigentlich alles, bis auf ein paar administrative Sachen. Das, worüber ich sehr dankbar bin, natürlich, dass ich so, dass sich das anfühlt wie Computerspielen, was ich mache und dass ich damit Geld verdienen kann oder einfach viel Wissen und Informationen konsumieren und irgendwie das an andere Menschen weitergeben, dass das ein Berufsbild ist, mit dem man heutzutage Geld verdienen kann. Also wahrscheinlich konnte man das immer. Das waren nur andere Medien früher, aber das macht natürlich Spaß. Ansonsten sind es so ein bisschen manchmal auch einfach externe Sachen, die vorgeben, was gerade das Wichtigste ist. Wenn ich irgendwie gerade mit KKR in einem großen Deal arbeite oder die eine Firma von der Börse nehmen, dann bin ich zwei, drei Tage einfach komplett unter Wassern und kann fast gar nichts anderes machen. Wenn ich Glück habe, habe ich dann noch ein, zwei Stunden Zeit, um einen Podcast vorzubereiten. Und es gibt auch Wochen, wo ich vielleicht zwei Tage komplett frei habe, wo ich mich wirklich in ein neues Thema auch mal einarbeiten kann oder einen sehr guten Podcast vorbereiten oder eine Recherche oder eine Firma irgendwie tiefer analysieren. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so keine Standardwoche oder keinen Standardtag. Ja, ich finde es beeindruckend, dass du neben den ganzen Dingen, die du machst, trotzdem noch so eine extreme, extreme Wissbegierde auch hast. Du hattest mir im Vorgespräch zum Podcast erzählt, dass du jeden Tag irgendwie 30 Newsletter morgens in deiner Inbox hast. Nicht alle morgens, über den Tag verteilt kriege ich so 30, 40. Okay, aber ich meine, weiß ich nicht, ich kriege vielleicht irgendwie fünf in der Woche und da denke ich mir teilweise schon, okay, das nerve ich, den subscribe ich jetzt mal wieder ab. Aber woher hast du das? Und auch, wenn ich den Doppelgänger-Podcast höre, ich finde es faszinierend, wie du wirklich über jedes Thema eine Meinung hast und dazu was sagen kannst. Immer wieder aufs Neue zweimal die Woche. Also es ist für mich sehr, sehr beeindruckend. Wie machst du das auch noch nebenher, dass du eigentlich immer up-to-date bist über jegliche Tech-Themen auf der ganzen Welt? Also ich versuche das nicht über jedes Thema zu haben. Also ich versuche in meinem Circle of Excellence so wirkt es auch ohne Kompetenz zu bleiben. Der ist vielleicht ein bisschen weiter als bei manchen Menschen, aber es gibt die Themen, zu denen ich mich auch nicht äußere oder wo ich nachweislich keine Ahnung von habe. Aber ich glaube, es ist so wichtig, das zu wissen auch, wo man sich selbst als kompetent wahrnimmt, wo nicht. Ja, die Antwort, ich glaube, ich bin einfach ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich kann mir Dinge, die mich interessieren, unheimlich gut merken und gleichzeitig kann ich Dinge, die mich nicht interessieren, unheimlich schlecht in mich reinprüfen. Sowohl in der Schule als auch im Studium lagen meine Noten immer so diametral gegenüber. Es gab Fäcker, wo ich eine 4 geschrieben habe, gerade so um durchzukommen. Es gab Fäcker, wo ich ohne irgendeine Art von Vorbereitung eine 1,0 geschrieben habe. So Rechnungswesen zum Beispiel, das klingt jetzt trocken, aber gleichzeitig ist es so einfach und logisch, dass ich eine 1,0 hatte. Und Statistik fand ich so langweilig und so korinthenkagerisch oder recht im Studium, dass ich da drei oder vier geschrieben habe, weil ich mich nicht dafür motivieren konnte. In der Schule war es ganz genauso. Wenn ich einen coolen Lehrer, ein spannendes Fach, irgendwie Geschichte, Sozialkunde hatte, hatte ich eine 1,0. Und wenn mich irgendwie Sprachen oder Biologie oder so, was ich jetzt nicht so spannend fand, aber was viel auswendig lernen war auch. Da habe ich dann viel gehabt. Das heißt, ich habe so ein Curious Mind, was mich interessiert. Merke ich mir ewig. Komplett unnütztes Wissen teilweise auch. Und ich glaube, ich kann Informationen sehr gut konsumieren und abspeichern aus irgendeinem Grund. Und das Spannende ist aber natürlich, die dann weiter zu denken. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Konzept des Podcasts, dass ich, das wirkt vielleicht manchmal sehr gut vorbereitet oder so, aber was viel mehr passiert, ist wirklich, dass ich sagen, im Podcast laut denke, so unterstützt von meinem Co-Host. Und das ist eigentlich das Spannende, dass ich dafür bezahlt werde, in Anführungsstrichen da anderthalb, zwei Stunden laut nachzudenken über Themen. Und selbst dabei natürlich auch wieder was. Also die Reflexion über die Sachen, die wir da als News zusammentragen, dabei entsteht da wieder neues Wissen oder Neuerkenntnis, wenn man so möchte. Was nicht heißt, dass wir mit allem recht haben, was wir sagen oder so, aber darüber nachzudenken hat ja schon Wert an sich. Ja, finde ich mega. Also ich spreche auch mit ganz vielen sehr erfahrenen irgendwie Executives und viele haben irgendwann einfach aufgehört zu lernen. Und deswegen finde ich es sehr beeindruckend, dass du einfach jeden Tag trotzdem immer wieder diese Student-Mentality an den Tag legst und sagst, hey, mich interessiert das, ich möchte mich da reinlernen und wirklich Bescheid wissen. Aber wie traurig ist das, wenn jemand sagt, er hat aufgehört zu lernen? Also viele loben sich eben auch sehr, sehr stark über ihre Erfolge und die Erfahrungen und ja, aber ich habe doch schon IPO, ich weiß alles. So hört man schon sehr oft. Ja, ich finde das furchtbar, furchtbar traurig. Also ich will gar nicht, was machen wir da nicht. Vielleicht habe ich nicht das Gefühl. Also meine größte Angst war immer, dass ich habe so Leute beobachtet, die ich früher, sagen wir in der Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten, sehr wundert hatte, so eine Art Idole. Und die sind dann manchmal Gründer geworden in einer sehr speziellen Industrie und dann wird man so ein bisschen zum Fachidioten. Das ist einer der Gründe, warum ich so viele verschiedene Sachen mache, ist, glaube ich, auch einfach, um fit zu bleiben und viel zu lernen, weil ich habe dann viele Leute gesehen, die haben auf einmal sich nur noch um Autos, die haben irgendwas im Automarkt gegründet und auf einmal ging es nur noch um Autos, im Immobilienmarkt, auf einmal geht es nur noch um Immobilien. Und das finde ich super traurig, weil das dann ganz schnell zu Stillstand führt. Man wird natürlich auch da drin irgendwie besser, wahrscheinlich noch eine Zeit lang, aber ich springe jetzt nicht ständig zwischen den Themen oder ständig auf neue Themen rum, aber ich versuche schon, mich immer weiterzuentwickeln oder mir neue Wissensgebiete zu erschließen. Mega, finde ich ein super Ende. Pip, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es mega Spaß gemacht, da heute mit dir in die ganzen Marketing, Go-to-Market-Tech-Welt irgendwie einzusteigen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne eine bis zu 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet heute. Ich hoffe natürlich, das war der Fall. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Reinhören, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.